Diese Information kostet dich normalerweise tausende Euro, du bekommst sie heute for free. Kennst du das, dass du meistens sagst, ich möchte nicht mehr so arm sein, ich möchte nicht mehr so traurig sein, ich will doch gar nicht mehr so mit diesen Menschen sein, ich will doch gar nicht mehr so oft und viel arbeiten, ich will diese Arbeit nicht mehr. Kommt dir das irgendwie bekannt vor? Das ist alles, was du nicht willst. Doch was willst du wirklich? Was wäre, wenn du deinen Fokus davon wegbewegst und dir ab sofort lieber sagst, ich mache die Arbeit gerne, doch ich wechsle jetzt meine Arbeit. Oder du sagst dir, ich werde ab jetzt mehr Geld haben und es für nützliche Sachen nutzen. Wenn du dich darauf fokussierst, was du eigentlich willst, dann bist du nicht im Mangel verhaftet, sondern in der Fülle. Denn das Geheimnis liegt in der Wortwahl. Veränderst du die Wortwahl, dann läuft alles besser. Schreib mir doch mal in die Kommentare, was erzählst du dir manchmal, wovon du die Schnauze voll hast. Und like und folge, wenn es dir gefallen hat und du nichts mehr verpassen willst. Du bist spitze.